Geschäftspartner und ich wollten nach Italien fliegen, zur Messe, mussten wir leider auch absagen. Heute im Gym, nebenan ist ein Rewe, wollte Desinfektionsmittel kaufen, gibt es gar nicht mehr. Und alle starten ihre Hamster-Einkäufe. Wir haben alle Informationen gesammelt und ausgewertet und ich bin einfach zu dem Entschluss gekommen, dass ich gar nicht die große Verantwortung tragen kann. Wow, Leute, das war mal ein ereignisreicher Tag gestern. Und erst gibt Uwe bekannt, dass er nicht mit Smilox auf der FIBO sein wird. Und ein paar Stunden später sagt die FIBO komplett ab, beziehungsweise verschiebt das Ganze. Wahrscheinlich haben die sich gedacht, wenn Smilox nicht da ist, dann kommt die FIBO. So, lecker Frühstück für Papa und Flying Daddy, Schuss Wasser, Rührei auch dabei. Lecker Rührei! Oh, ja, Erdnuss-Burre. Rührei! Erdnuss-Burre. So, Leute. Das gebe ich mir jetzt hier alles. Ja, willst du dir was klauen? Ja, ich klaue. Und Frau Schüler hat sich den Power-Müsli gemacht mit Cheese. Aber nur Rührei ohne das Griechen. Aha. Meine Damen und Herren, viele fragen sich die ganze Zeit, wer ist eigentlich dieser Hund hier? Das ist die gute Emi. Und, ja, sie hört ganz genau. Sie ist ein sehr schlauer Hund. Alles, was das betrifft, morgen im Video. Das heißt, morgen um 10 Uhr bekommt ihr die komplette Info, warum sie eigentlich hier ist. Hier ist der andere. Also, was heißt der andere? Unser Kenny. Und, ja, Leute. Alle Infos morgen im Vlog 10 Uhr. Und wir haben natürlich extra für euch auf smilodox.com, Leute, hier die Anzeige gemacht. 9 Stunden, 26 Minuten und 5 Sekunden. Dann startet der fette Winter Sale. Das heißt, ihr bekommt das offizielle Team-Shirt gratis dazu. Ab 40 Euro, Leute. Das wird so eine Hammer-Aktion. Morgen um 10 Uhr, Leute. Da geht es richtig rund. Deswegen tragt euch alle hier eine Newsletter ein, um nichts zu verpassen. Auf die Plätze, fertig, los. Noch mal. Noch mal. Flying Skylar ist am Schluss. Auf hier, wir haben das schon. Tut das nicht weh? Nein. Du bist ja später drin. Das tut nicht weh. Nein. Warte, pass auf, warte. Ich will es genauso machen. Und jetzt. Meine lieben Bootser, der Stream startet jetzt. Genau jetzt. Gerade angegangen. Und ja, Leute, wir müssen doch heute durch. Wir müssen heute mit dem Lenkrad anfangen. Das haben wir uns vorgenommen, auch wenn es sauschwer ist. Also, Leute, swiped up. Wir starten erstmal so eine lockere Chill-Runde. Labern ein bisschen, Just Chatting-Style. Und danach geht es hier in Richtung Forza. Und dann schließen wir auch das Lenkrad an. Und das, Leute, das wird eine richtige Hürde. Also, sehen wir uns im Stream. Bis gleich. Swiped up. So, Leute, ihr habt auch manchmal das Problem, so wie ich, habt irgendeine Action gemacht. Wollt jetzt einfach zu Bett gehen, aber dann gehen euch die Gedanken durch den Kopf. Sei es auch Kreativität. Selbst das Training geht euch durch den Kopf. Und ihr könnt einfach nicht pennen. Leute, passt auf. Genau dafür habe ich das perfekte Produkt für euch. Wirklich das Melatonin-enthaltene Sleep Powder. Das regelt sozusagen, ganz stumpf gesagt, eure innere Uhr wieder. Und wenn ihr es trinkt, 250 Milliliter Wasser, einen gehäuften Löffel und ihr pennt wie ein Stein. So richtig, richtig geil. Vor allem, werdet ihr wach und ihr denkt so, hä, komisch. Weil ich kenne das, wenn man aufsteht, oh Kopf, bisschen so, alles ungemütlich bei dem Sleep Powder. Wirklich, no joke. Richtig, schläfst wie ein Stein und fühlst dich morgens hammerwohl, ey. So sieht das dann aus, ein gehäufter Löffel und nur 200 bis 250 Milliliter Wasser. Zeig rein. Warum nur so wenig, haben wir natürlich extra so gemacht. Denn einige haben dann oft das Problem, wenn die sehr viel trinken, müssen die nachts halt pinkeln. Ich habe das nicht so, deswegen nur 250 Milliliter Wasser. Und gerade jetzt auch so nach dem Stream, da, Leute, ich war die ganze Zeit nur in Action. Und jetzt schön zum Runterkommen. Ah, perfekt. Jetzt kann ich, bumm, geil schlafen. Gute Nacht, meine lieben Freunde. Also Leute, wenn ihr am Verzweifeln seit nachts, glaubt mir wirklich, kauft euch das Sleep Powder. Richtig geil. Ist auch einfach so eine ganz komplette neue Schlaferfahrung. Das ist auch einfach so eine ganz komplette neue Schlaferfahrung.